ja hallo und herzlich willkommen zurück nach diesem schweißtreibende match haben wir uns gedacht ach das war so anstrengend gemacht direkt noch der hat mother fackig riemann 767 fett Respekt vor du dann bist du vom Casual in den Core Game aufgehoben die er hat doch immer das geschehen ist er jetzt spielen wir mit zwei fremden leuten ein und die wissen nicht dass wir auch das hier aufgenommen werden und es ist die wir auch vor die sexiesten kamer und dann sind so 50 jährige total fette leute was hast du für gedanken abfahrt uns und ich muss wahrscheinlich jetzt erst mal wieder die fahrgusses mit meinem scheiß es ist ja der andere ich habe jetzt direkt bei mir gejoint ich dachte es hast du nur ich wollte ich wollte mich gerade mal den paket zeigen von meinem gesicht weißt du was ich mache jetzt mal einen auf quake ich bin jetzt mal im erste personen modus hier ist alles so grüne ich bin der nette ich bin der nette ich bin der nette er ist okay wenn wir da kacke warum ist die steuerung und hier oben unten steuerung umgekehrt eingestellt ich bin auch verkauf als absteller verkauf als absteller verkauf als strukturiert okay jetzt noch mal die alle sind genau das habe ich doch jetzt gerade mit dem scharfen ich bin ich bin scharf alter ich sterb schon so oft jetzt geht's älter auch sterben ist auch ein Teil der stelle ist das sind es einfach nur groß ich dachte ich werde aufgrund älter aber ich bin ich bin total auf den bach fixiert abends dieser meine ich rechne dich ich rechne dich ich rechne dich auch fucking brain ist es ist der von vorhin ja es gibt ja auch nur einen aus der dänen und mir und dir älter dir und mir und dadurch der sich gerade im fast person modus spiel habe ich eigentlich so zu sein der achtet dieser holt ab die sauerung abkommt ich bin ich kann hier vergrößern gelaufen er hat ab ich habe weiter ich sehe ich sie nur ich sehe ich sie leuchten vom strahler waren bei mani die kommen Prozent hinterher er hat sagt das worum ich zu schießen schmerz hat er habe ich doch gar nicht er hat das nicht getroffen er sagt es ist eben zu zieler Welt aber ich würde sagen die Zau sobald im grünen Punkt sie ist sofort schießen der kleine Blau bin ich Pakti Pakti brett war er war erst bei mir ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich ich habe ich weiß ich bin ein starker Prozent weil ich hätte weil man schätzt ich glaube ich habe ich habe ich glaube ich habe in der Rettung Fax Fax da hat älter die Frau ist er was das sei der Scheißmann ab ist gut alter wird zwischen fest ist für mich der Weg geht Prozent Prozent wo ich finde ich gerade irgendwie wie ein Quake oder so er wird und ich fühle mich wie zu sagen A8 nach hinten die Kälte wieder dieser das war die Kälte dieser Alter ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ihn bei der der Schafi der Wanderstrahl 2.0 er so sind also die die Stimmstuhl Gott damit was ist das für eine so jetzt wissen wir wer der eigentliche Pro hier unter uns ist es ist nicht Patze es ist nicht du ich bin es auch nicht es ist die erste treuze misanthro Eilers Fakim Regierungs ich lege mir eine Sprengfalle ja ich bin hier du bist so du bist so ich war da nein wir sind die freundlichen Zivis zu mir die Uhr hey oh Gott David warum musstest du auf deinem Weg liegen ja ich hab mir auf oh ich brav ist brav ist und ich bin wieder in Schaf ich bin nicht einfach weg ich habe ich kann weg ich kann weg ich kann weg dass du schon mal scharf gesinnt von der autobobel wegrennt ah nein ah ich bin einemte ah oh ich bin einemte ah 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 ähm ich is wrong with this guy als er ist wir müssen zusammen er liebt den schaffte dator kehrt steckte penner jetzt eine sprengfall hier kann ich entkommen wir ein körper als ist unfassbar zusammenarbeitet gegen den typ was soll wir machen er haben da müssen wir einfach mal alter wenn wir vertreten hier bei seite ein hat so wir brauchen sich ja und ja da ist er nicht mehr da weil er weil er die kleinen position auf den gingen die kostbar zu müssen durchschnitt wer hat sich nicht als sie kommt in die aber wo ist der Kerl bei der er er ist im LR sind und der Mittelbereich ist es bleibt ich schieße den Scheiß Raketenwerfer auf ihn komm du verkaufen wo bist du weil er wurde sie gerade und haben gezeigt leider das ist so schnell da hat er er hat es mir eine Stelle eine eine schnelle gerade eine schnelle Gazelle er hat sich aber Stiefel wir haben nicht wir müssen uns aufteilen wir sind irgendwie ein Kessel anders kriegen wir den Kerl nicht er ist zu mächtig es wird geben den YouTube-Kanal und uns durch diese Scheiße findet wurde wo er hat aber das sind der Flugsgewehr er oder wird bist du das nein das bin ich das bin ich der da gerade das bist du du so hey ich bin der Typ der gerade Mittelgang hüpft mit der Barriere an der Hand stelle ich habe ich habe ich habe nur hier glaube ich sehe aber ich bin Sturz die Bühne das ist fast schon wie zum Horrorspieler dass sie so enge Gänge sind der Ende der Welt der Ecke ist der Kerl aber er hat mit aber ich habe es war und war das ist ein bisschen ersterkt er hat aber zu und das hat man wirklich aber man absteuert die überfassende er wird immer geschlüsselt du musst sie die Fels zurück und ein Verreißer er sagt er hat er dann wieder geht es nach jetzt sei es mal mit eigener befreit jetzt du mich da gerade mit der die er wird er aber fach 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 er legt mich doch am arsch komm schon wer konnte sich diesen bonus jahrelang nicht gespielt habe man merkt dass du generell fast nur die kampagne gespielt ist was irgendwie sinn macht wenn du kein internet hattest oder nicht die möglichkeit hat das erwartet dass du jetzt ist hier noch eine cloud in dieser kanalisation er wird jetzt hier gibt es noch ein cloud mit die glitschte gesichte weil meine kappe hat ein weiteres verdammte kapazitäten sein gesicht eingeglitzte seine augen stehen leicht vom kopf ab das ist irritiert voll ich weiß nicht ich spiele aus der ego perspektive du hast eben direkt vor mir gestanden das kann ich dann sehen aber ich er ist wie der hier ist wie er ist wie mir ist wie mir kommt wer mit eigener einer münze mit eigener fach muss er hin äh der tübe sagt wo ist er hin vielleicht ist das ein dreckiger hacker mann der tübe alter dass das geht grad gar nicht eine oder hier da es ist am ersten ab da es war da er hat zu dritt und was ist er gerade okay tötet mich aber das ist gerade nicht gesehen meine ich habe die mit dem wanderstrahl hier angegriffen jetzt ich warte noch einmal war da nix kommt die Töne der Führung er hat er ist ja nicht so dass ich gerade aus der Ego Perspektive dass das Witzige auch Prozent aber es ist bei dir auch nur so ist es schon mal bei Gesicht ich kann so die Kappel sehen bei der Umdruck ja wieso was ist damit es ist es nicht wie die Sistow also mir sieht das normal aus lustigerweise der dieser der schussballen ich will er ist schon tot ich habe ich glaube wir haben ihn da wir zwingen aber jetzt das spiel zu verlassen damit wir das ganze unter uns aushächten können wir mobben ihn aber jetzt hier raus das kreuz dieses baue wenn der dadurch auf zocker gut findet ich werde ihn auf jeden fall im titel erwähnt älter das ist ein würdiger jäger es ist ein schlechtes würdiger jäger und ich bin einfach mega schlicht das wird so nein Spaß ja eigentlich eigentlich schon ich habe immer nur den Singleplay gespielt er hat meinen v2-Garfinator ich meine Resistance 2 ist super schwer kein Problem aber das hier das ist gegen Kais hier kämpfst du gegen einen menschlichen Spieler das ist was vollkommen anderes glaubt mir das der Entenator der Wirrungen der heißt weil weil sie dieser ist auch äh Schaffinator und blitzt bis blitzt bis zum gut A ich kann nicht er braucht er braucht noch ein Killer der gewonnen weil weil ich habe die Munitions wo wo sagt da sagt da sagt fäck dich fäck dich fäck dich fäck dich fäck dich zum dreck ja oder der Scheiße oh ich bin direkt hinter dir ja ja oh ey wie viel einfach der hat auch mal Stiefel warte warte das herr das herr das herr das herr gut äh wo ist er warte warte er ist auf jeden Fall nicht wieder hin warte du du lenkst gerade aus und ich versuche ihn von der Seite hier ja äh hier ist er ja hier ist er es wäre schwer den zu besiegen getötet 20 für den Weg der Welt wird es mal gestorben wird Welt ich werde nicht das gleiche sind wir noch fünf Spiele und die Spiele würde spieler stellen oder alter Prozent Karte dies würde jetzt sagen im Wartepacken was anders wird das erste Reaktion auf die Schläger what the fuck is that okay okay ich schwitze darauf schon so lang kurzen karte hier habe ich doch und zu spiel